A5, Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Rastatt Nord und Rastatt Süd, 3 Kilometer Stop and Go. A5, Karlsruhe Richtung Heidelberg, zwischen Krona und Kreuzwaldorf, 4 Kilometer Stop and Go. Dann die A6, Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen Dreikhockenheim und Kreuzwaldorf, 2 Kilometer Schau. Und noch was in der Gegenrichtung, zwischen Sinsheim Süd und Sinsheim, da haben wir auch 2 Kilometer Schau. Dann die A8, Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe, 3 Kilometer Stau. Und die B10, Karlsruhe Südangente, zwischen Honsellstraße und der Rheinbrücke, 2 Kilometer Stau. Dann wird noch geblitzt, und zwar in Rändchen, in der Straßburger Straße und auf der B462 in Höhe von Kuppenheim. Wenn Sie noch was sehen, Staus und Ritzer, melden Sie uns kostenlos unter 08200 600. Ich bin Felix Berz, wünsche eine gute Fahrt, kommen Sie bald an. Hörnio Regenbogen, das ist immer viel aktueller, was Sie kriegen. Musik 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 Musik